Hallo Max. Moin. Hi. Entscheide dich, Butter abkratzen oder abschneiden? Abkratzen auf jeden Fall. Schon mal gebügelt? Ja, aber mit einem Topf. Macht ihr politisches Kabarett oder platte Comedy? Weder noch, wir machen Quatsch. Apropos Lumpenpack, was ist das älteste Kleidungsstück, was du im Schrank hast? Das ist ein T-Shirt aus, da ist eine Kiwi drauf, die auf einem Plattenteller liegt. Das ist aus Neuseeland, das hat mir meine Schwester mal mitgebracht. Passt mir auch nicht, aber ich will es nicht wegschmeißen. Schon mal bei einer WG-Party rausgeflogen? Rausgeflogen worden, so ja. Warum? Aber dann wenigstens was mitgenommen. Orangen geworfen, glaube ich, war das letztendlich der Grund. Und wie viele Buchstaben hat das Wort Lumpenpack eigentlich? Zehn. Richtig. Warum genau seid ihr eine schlaue Band? Hm. Aha. Bettwäsche bei 60 oder 90 Grad waschen? Waschen? Ja. Also in der Waschmaschine hauptsächlich. Du kannst es auch gern per Hand machen. Ja. 60 oder 90 Grad? Äh, 60. Was ist der häufigste Satz, den Comedians sagen? Ich bin letzte Woche. Wer von euch ist eigentlich klüger? Und Vorsicht, ich frage Jonas gleich das Gleiche. Ähm, wir sind beide nicht sonderlich klug. In einem eurer Songs geht es um den Helden des Alltags, den Wingman. Was macht dich zum perfekten Wingman? Dass die Frauen nicht auf die Idee kommen würden, auf mich zu stehen. Schreibt ihr eure Songs eigentlich alle selber? Ja. Ja, doch. Welcher Musiker sollte mal auf der Bühne euch supporten? Fahre in Urlaub. Ihr seid viel zusammen unterwegs. Zeig uns mal, wie Jonas beim Schlafen aussieht. Wie schnell kannst du rückwärts das Alphabet aufsagen? Z-Y-X-W-V-U-T-S-R-Q-P-O-N-M-L-K-J-I-H-G-F-E-D-A-C-B-Fack. Um die Frage zu beantworten, ziemlich schnell. Wenn man euch mit Namen googelt, findet man fast nur Bilder von euch zusammen. Wie geht's dir damit? Ähm, gut, werte doch auf. Jonas ist hübsch. Was ist deine Lieblingsfremdsprache? Italienisch. Warum? Weil man es in Italien spricht und Italien schön ist. Sag mal was auf Italienisch. Äh, mi chiama Max. War das genug? Danke, Max. Bitte.